Guten Tag meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu unserem Tag des lebenslangen Lernens an der Volkshochschule Neustadt. Schön, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Mein Name ist Martin Kolb und ich leite hier die Erwachsenenbildung. Ja, Lernen bis ins hohe Alter, das ist genau unser Thema an der Volkshochschule. In unseren zahlreichen Kursen zu den verschiedensten Themen haben wir Teilnehmer von neun bis neunundneunzig Jahren. Drei von ihnen habe ich heute mitgebracht. Drei Personen, die sich gesagt haben, fürs Lernen ist es nie zu spät. Und jetzt übergebe ich das Mikrofon an Frau Sommer. Ja, guten Tag, ich bin Martha Sommer, 76 Jahre alt und Rentnerin. Ich war Köchin von Beruf und mit Computern habe ich nie irgendetwas zu tun gehabt. Jetzt denken Sie vielleicht, warum tut sich die alte Frau das an? In dem Alter noch einmal etwas völlig Neues lernen und dann auch noch etwas so Technisches. Es war so. Wenn meine Enkelkinder bei mir zu Besuch waren, konnte ich nicht mitreden, habe immer nur Bahnhof verstanden, also gar nichts. Da hat sich ja fast alles ums Internet gedreht und was man damit alles machen kann. Also habe ich mir gesagt, wenn die Kleinen das hinkriegen, wirst du es ja auch lernen können. Darum habe ich den Kurs Internet für Junggebliebene besucht. Das war lustig. Ich wusste nämlich durch die Gespräche mit meinen Enkeln zumindest theoretisch schon ein bisschen mehr als die anderen Kurskolleginnen und Kollegen. Das war natürlich ein gutes Gefühl. Ich bin schon ein bisschen stolz, dass ich den Kurs gemacht habe. Jetzt zeige ich meinen Enkeln, was ich Interessantes im Internet gefunden habe. Und oft lachen wir zusammen über besonders kuriose Fundstücke. Aber das Tollste ist, ich habe meine Lieblingsforen, in denen ich mich regelmäßig mit anderen Menschen austausche. Da ist es dann ganz egal, wie alt man ist. Ich sage es noch einmal. Ich bin froh, dass ich mich getraut habe, den Kurs zu machen. Für mich ist das Internet ein neues Fenster zur Welt. Ich heiße Petra Meiring und bin seit einiger Zeit Koordinatorin für den Kindersport in unserem Turnverein. Eine Freundin hatte mich überredet, das Amt zu übernehmen, weil ich Sport studiert habe. Ich habe spontan zugesagt und gar nicht daran gedacht, dass ich als Koordinatorin natürlich auch vor Publikum auftreten muss, zum Beispiel bei Sportfesten oder Wettkämpfen. Puh, das war ein Schreck. Ich hatte immer schon furchtbares Lampenfieber und auch Prüfungsangst. Es hat mich lange Zeit sehr frustriert, dass ich so schüchtern war. In meiner Not habe ich also ein Seminar an der Volkshochschule besucht, um endlich sicherer und selbstbewusster zu werden. Und ja, das hat mir echt geholfen. Es war sehr hilfreich, durch praktische Übungen die Stimme und die Körpersprache zu trainieren. Heute spreche ich vor Publikum viel, viel freier als früher und bin dabei auch entspannter und lockerer. Heute frage ich mich aber auch, warum ich mich so lange unnötig geängstigt habe. Mein Name ist Heinz Wagner. Nachdem ich zwei Jahre lang meinen Freunden immer wieder von der Idee einer eigenen Webseite erzählt habe, hat mich eines Tages einer gefragt, sag mal, warum redest du immer nur davon? Wann passiert endlich was? Ich habe wirklich null Ahnung von Webseiten gehabt. Ich wusste weder, wie man so eine Seite aufbaut, noch wie man sie aktualisiert. Vor meinen Freunden war mir das aber peinlich und einen Kurs wollte ich zuerst auch nicht machen. Aber vor einem Jahr habe ich dann doch an einem VHS-Kurs teilgenommen und es war gar nicht so schwer, wie ich gedacht hatte. Die anderen Teilnehmer waren auch nicht so super Computerspezialisten, sondern Laien, so wie ich. Schritt für Schritt haben wir gelernt, mit dem Programm umzugehen. Ja, und wenn man einmal mit einem Thema vertraut ist, lernt man auch allein automatisch immer weiter. Meine Webseite ist inzwischen seit einem halben Jahr online. Heute denke ich, dass ich einfach zu faul war. So, Herr Tahiri, kommen Sie bitte in mein Büro. Es freut mich, dass wir mal die Zeit finden, uns über Ihre Zukunftspläne zu unterhalten. Danke, dass Sie sich für mich Zeit genommen haben, Frau Dr. Akai. Seit wann sind Sie denn schon Krankenpfleger? Seit mindestens einem Jahr, oder? 15 Monate. Und seit sieben Monaten arbeite ich auf der Intensivstation. Ich glaube, ich weiß schon, worauf Sie hinaus wollen. Es geht um Ihre Weiterbildung? Ja, ich möchte gern die Fortbildung zum Fachkrankenpfleger für Intensivpflege und Anästhesie machen. Sie wissen, dass das eine wirklich anspruchsvolle Ausbildung ist? Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich weiß Ihre Arbeit sehr zu schätzen. Ihr Ruf auf der Station ist unter uns Ärzten bestens und die Oberschwester ist mit Ihrer Arbeit ebenfalls sehr zufrieden. Natürlich möchte ich Sie gerne in Ihrem Vorhaben unterstützen, Herr Tahiri. Aber es gibt da Bestimmungen… Also, ich habe gehört, dass sechs Monate praktische Arbeit auf der Intensivstation eine Voraussetzung sind, um den Antrag für die Fortbildung zu stellen. Und diese Voraussetzung erfülle ich. Außerdem macht mir die Arbeit dort wirklich Freude und ich würde gern mehr Verantwortung übernehmen. Ich finde es toll, wenn jemand so motiviert ist wie Sie. Und ich möchte Sie natürlich gern fördern und unterstütze Ihre Pläne. Aber zuerst muss ich Ihnen noch erklären, wie das in unserem Krankenhaus abläuft. Hier zählen nämlich nicht nur die gesetzlichen Bestimmungen. Es gibt bei uns die Regelung, und das ist Ihnen vielleicht noch nicht bekannt, dass man zwei Jahre Berufserfahrung vorweisen muss, bevor man einen Antrag für eine Fortbildung stellen kann. So sind unsere Richtlinien und an die muss ich mich halten. Oh, das hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Bitte lassen Sie sich davon nicht frustrieren. Ich bin sicher, dass wir eine Lösung finden werden. Also, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich spreche noch einmal… Also, mein Vorschlag wäre folgender. Ich verspreche Ihnen, dass ich Ihre Anmeldung zur Fortbildung so durchführe, dass Sie zum allerfrühsten Zeitpunkt damit anfangen können, wie es unsere Hausregeln eben zulassen. In Ordnung? Oh ja, schon. Danke. Aber es sind ja dann immer noch neun Monate bis zum Beginn der Fortbildung. Neun Monate sind ja nicht die Ewigkeit, Herr Tahiri. Glauben Sie mir, die Prüfung für Intensivpflege und Anästhesie ist ziemlich schwierig. Ich will Ihnen da jetzt keine Angst machen, aber je mehr Erfahrung Sie mitbringen, umso besser ist es für Sie. Sie können von dieser Wartezeit nur profitieren. Naja, da haben Sie wahrscheinlich recht. Ich werde mich bemühen, in dieser Zeit noch viel dazuzulernen und das Beste daraus machen. Das freut mich. Also, wir verbleiben erst mal so. Aber wenn Sie noch Fragen haben, melden Sie sich wieder bei mir. Gerne und vielen Dank, Frau Dr. Akai. Na, dann bis zum nächsten Mal, Herr Tahiri, und einen schönen Tag noch. Danke. Ihnen auch. Und auf Wiedersehen. Etwas Neues lernen? Tja, da hatte ich nun die Qual der Wahl. Neben der Kindererziehung habe ich mich früher zwar auch noch ehrenamtlich in unserem Seniorenzentrum engagiert und den Bewohnern vorgelesen, und ich bin auch regelmäßig schwimmen gegangen. Aber nachdem die Kinder aus dem Haus waren, habe ich etwas anderes gebraucht. Nur, was sollte ich neu anfangen? Klavierspielen lernen oder Tennis? Irgendwie hat das alles nicht so recht gepasst. Aber dann ist mir wieder eingefallen, wie gern ich früher in Italien Urlaub gemacht habe. Da wusste ich, dass ein Italienischkurs genau das Richtige für mich ist. Ich fand es damals immer sehr schade, dass ich die Sprache nicht sprechen konnte. Naja, nur ein paar Wörter und nicht mal die wirklich gut. Einmal wollte ich in Florenz für meinen Mann im Restaurant ein kaltes Bier bestellen. Ganz stolz habe ich Caldo gesagt. Der Kellner hat mich ganz komisch angeschaut, aber ich habe dann extra noch wiederholt. Sisi? Caldo? Erst als er uns dann ein sehr warmes Bier gebracht hat, habe ich mich daran erinnert, dass Caldo auf Deutsch warm bedeutet. Darüber lachen mein Mann und ich heute noch. Also rückblickend finde ich es super, mich dazu entschlossen zu haben, einen Volkshochschulkurs für Italienisch zu besuchen. Jetzt bin ich zwei Jahre dabei und spreche schon ganz gut. Letztes Jahr waren wir in der Toskana und ich konnte fast alles auf Italienisch organisieren. Das war wirklich ein tolles Erfolgserlebnis und ich bin dankbar, einen so guten Unterricht gehabt zu haben. Sie hören eine Werbedurchsage im Radio. Ein Wochenende mit Festivalcharakter erwartet Literaturinteressierte am 11. und 12. November bei der Literaturmesse auf dem Kulturgut Sonntbach. Zum ersten Mal nach der Renovierung öffnet hier die Buchmesse für Kleinverlage wieder ihre Pforten. Organisiert wird das Projekt unter anderem von der Literaturkommission des Landschaftsverbandes. Rund 20 Verlage geben von 11 bis 18 Uhr Einblicke in ihre Arbeit und ihr Verlagsprogramm. Begleitet von Lesungen, Autorengesprächen und Podiumsdiskussionen. Zwei. Sie hören folgende Meldung im Radio. Biathletin Saskia Winzer hat den schwierigen Wetterbedingungen standgehalten und ist trotz Erkältung als erste aus dem Wettkampf hervorgegangen. Die 22-Jährige aus Garmisch-Partenkirchen leistete sich im Rennen über 9 Kilometer einen kleineren Schießfehler, aber er lief sich dank einer starken Leistung auf der gesamten Strecke den ersten Platz. Mit diesem Erfolg wächst zu Recht ihre Hoffnung, zum Kreis der potenziellen Teilnehmerinnen bei den nächsten olympischen Spielen zu gehören. Drei. Sie hören folgende Wetterdurchsage im Radio. Am Freitag ist im ganzen Land vereinzelt mit Schauern zu rechnen, wobei es teilweise zu Stürmen kommen kann. Dafür bekommen wir am Wochenende wärmere Temperaturen von bis zu 12 Grad. Und sogar die Sonne zeigt sich am Samstag in den späten Nachmittagsstunden in weiten Teilen des Landes. Am Abend sollten Sie am Sonntag jedoch nicht ohne Schirm aus dem Haus gehen, da vor allem im Süden und Osten starke Regenfälle erwartet werden. Einen kulturellen Leckerbissen der besonderen Art verspricht das Stadttheater am kommenden Samstag. Dürrenmatt-Tragödie, der Besuch der alten Dame, wird um 19.30 Uhr mit einer Starbesetzung Premiere feiern, wobei die männliche Hauptrolle von dem aus Film und Fernsehen bekannten Alfons Wiesner gespielt wird. Die alte Dame verkörpert die langjährige Burgschauspielerin Johanna Westphal. Das letzte Mal wurde das Stück in diesem Theater im Jahr 1992 gezeigt. 5. Sie hören folgende Durchsage in der Einkaufspassage. Am letzten Wochenende im Monat begrüßen wir unsere Besucher zum langen Samstag mit einem Bühnenprogramm für alle kleinen und großen Gäste. Clowns und Akrobaten unterhalten ihren Nachwuchs unter der Aufsicht eines erfahrenen Betreuungsteams. Genießen Sie ganz entspannt einen gemütlichen Bummel durch unsere Bekleidungs- und Buchgeschäfte. Für das leibliche Wohl sorgt unsere beliebte Pizzeria im Erdgeschoss. Seien Sie dabei!